So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein kurzes Video. Und zwar geht es morgen früh am 20.08. geht es los mit dem Livestream zu Dead Matter. Wir werden um 6 Uhr morgens starten und ich bin mega gehypt drauf. Könnt natürlich ab heute Abend, wenn ihr das Video irgendwann seht, also wenn ihr das Video seht, könnt ihr schon direkt auf meinen twitch.tv-hangemaulive-livestream gehen. Da wird der Countdown-Livestream von mir dann laufen bis morgen früh. Wir dann durchstarten können gemeinsam und Dead Matter erkunden. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch einschalten. Des Weiteren vergesst natürlich nicht, auf YouTube habe ich ein Giveaway gemacht, wo ich eine Dead Matter Key auslosen werde. Das werde ich auch morgen im Livestream machen und im Livestream werde ich auch noch eine zusätzliche Dead Matter Key raushauen. Also wenn ihr noch keinen Bock hattet, das zu kaufen oder kein Geld habt, das zu kaufen, dann könnt ihr da teilnehmen und eben habt ihr zwei Chancen, einmal den Dead Matter Key zu ergattern. Wie gesagt, schaut auf YouTube vorbei, schaut auf dem Livestream vorbei. Morgen früh ab 6 Uhr werde ich am Start sein und dann werden wir durchstarten mit Dead Matter. Wie gesagt, wenn ihr das Video jetzt seht, dann ist schon der Countdown-Livestream gestartet. Dann könnt ihr schon einschalten. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch morgen reinschauen und wir zusammen Kanada entdecken und möglichst viele Zombies töten und Dead Matter erkunden. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr euch am meisten erhofft und ob ihr euch das Spiel schon gekauft habt und auch morgen durchstarten werdet. Oder was ihr generell sagt, ich lehne mich erstmal zurück, gucke erstmal, ob das Spiel wirklich was wird. Und ja, gebt natürlich gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Es werden auf jeden Fall die nächsten Tage einige Videos zu Dead Matter folgen. Und ja, ich würde mich freuen auf eure Unterstützung und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Ciao.